wie wie soll ich in der Zeit die Graffitis und nicht die Gangster, das kapie ich mich grad nicht weil das Gangster Polizisten sind ah, ja, was für Gangster oh nein scheiße bist du runtergefallen oder was los? ne ich bin, ja ich bin runtergefallen weil ich hänggeblieben bin haha ne mit dem Schnürsenkel in so einem Loch, ja pass auf, hinter euch ist da so einer lol 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 hab ich nicht begriffen dann war es ein schlechtes Problem nein, nicht runterklettern, hochklettern ja runter, hoch runter, hoch explodier schon, Mann so nein Pacman, da kommt einer mit dem Auto, wir können ihn ja, ich merke, ich siehs, ich riechs du riechst es sogar ja, natürlich, ich riech alles, ich bin so ein Pacman ich riechst ein Deo, ja ich riechst ein Deo, ja nimm mal diesen Polizisten runter der hat eins neiiiiiiiin, deine Mama neiiiiiiiin, deine Mama du hast halt eine Mieter, ja ok du hast halt eine Mieter, ja ok ja ok, ich bin recht tot, bin ein bisschen runtergefallen boah, was die Granate hat gefetzt ja, einfach so eine Frau auch auf die Fresse hauen ja, ernsthaft, ich habe ihm zwei Granaten in die Fresse geworfen und die macht es einfach nichts ja, die hat geratzt, Kommode an ja, der hat ja, der frisst alle Granaten sofort auf, wenn er sich haut das Pikmin 2.0 ja, ich weiß, ich weiß neulich so mit Granaten, hm lecker, Granaten, hm festmalte, beinahe ja, ach, bumm komm, mir ist instant satt raus, instant ja, wenn du einmal ne Granate gegessen hast, bist du instant satt ja, das hat der Intensator wo sind die? da hinten sind die ach man, ey, ohne Granaten hat die John drauf ja, ich hab einen, und Mrs. Wissock ah nein der hier geht so ein Typ, ihr habt mich gekillt ja und zwar der keine Ahnung ah, der Kotku der rennt weg will er mit einem Heckman sein mit unserem Auto er läuft weg mit unserem Auto genau alter, er steigt kurz aus fährt weiter ahja, das ist Rainbow der Typ hat ne Imbauwaffe oh, jetzt müssen wir sichern oh, wow, wow ja, Peggy, habt ihr mir das geilste Auto hier? nein, ich hab ihn verfehlt komm ihn hab ihn, hab ihn er hat keine Chance mit deinem Auto well done, well done er befährt mich, huh ah, der ernsthaft lol, die haben eine Flinte die haben alles die haben alles ja, vorbei ah nein, das meinst du nur ja ah, ernsthaft du hast das Gefühl, wenn man die ganze Zeit stirbt ja, es ist so perkelt es ist nicht so duft halt, halt ja, der Asphaltboden ist auch nicht so duft wenn man tot auf dem Boden liegt ja, es er duftet erstens nicht so gut und zweitens es ist nicht so bequem kratz ein bisschen ein bisschen kalt kratz auch ein bisschen es kratz ein bisschen jetzt weiß ich wie sowas abkratzen heißt haha, Wortwitz haha, haha, halt fast lustig gewesen ja ne ich sollte zu ich sollte zu Verstehen Sie Spaß gehen ich schwör auf jeden Fall, das solltest du tun küss Kühlerhaube Schlampe BAM, nur noch weg gehauen ups Das war ein bisschen zu schnell. Ach, scheiße. Weg hier! Au. Das hat gesissen. Der hat mich hinten hingemacht. Oh. Der hat eine kleinere Waffe. Die Größe ist nicht ausschlaggebend. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ach so, wir müssen es wissen, sogar. Ich bin gebogen, aber Engel. Ja, geh sofort in die Ecke, aber sofort. Oh. Oh. Oh, wir müssen jetzt schlafen gehen. Okay, einen habe ich weggefetzt. Der andere haut mit unserem Auto ab. Nein, ich war im Auto. Problem, warte auf mich. Nein, ich warte niemals. Steig ein. Boah, letzte Minute. Äh, letzte Sekunde. Letzte Minute. Nein, weg, 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 weg. Alter, seitens, du bist irgendwie hängen geblieben, du dummer Bob. Hey, beleidigt mich nicht. Nicht du. Oh, der hat schon den Koffer aufgenommen. Hey, hier steht einer auf dem Auto. Ich bring ihn zu euch. Ja. Oh, der Gegner steht auf meinem Auto. Geh halt ihn ab. Oh, Mensch, der ist da. Damage. Oh, oh, was müssen wir machen? Ich check's. Den Koffer wieder nehmen von ihm. Au. 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 Ach, schluss. Wie, wie, noch wenig damage, man. Bam, geohnt. Jetzt bin ich geohnt. Scheiße. Wir müssen den Koffer wieder nehmen von dem Typen da. Ja. Ich bringe ein Problem. Das können sich alles schwer erweisen. Nein, nein. Einbildung. Aber mein Hund ist so. Was ist ein Hund? Was für ein Hund? Fein, überfein, überfein. Los. Mach ihn plass. Mach ihn plass. Schlag den Koffer da drin, pass auf. Mach das Auto kaputt, da ist der Koffer drin. Ja, hab ich. Also ich muss den Koffer mindestens einmal aufnehmen. Ja, ich hab ihn aufgenommen. Und ich muss einfach mal fahren. Nein, wieso lad ich immer nach? Ich dumme... Ich muss auch immer nachladen, verdammt. Jetzt, wo ich mal den Koffer aufgehoben habe. Ihr müsst mehr Konflikte spielen, da lebt ihr mehr nach, als ihr denkt. Wie bitte? Ich hab so eine Angewohnheit von Battlefields, wenn ich nur einen Schuss von mir gegeben habe. Nur einen Schuss, ich lad sofort nach. Ach ja, das Gefühl kenne ich. Wenn man einen Schuss abgibt und dann sofort nachlädt. Auch wenn es die Waffe ist mit 200 Schuss oder so. Aber weißt du, dieser eine Kugel könnte über Leben und Tod entscheiden. Könnte, muss aber nicht. In den meisten Fällen eigentlich nicht, aber... Oh, die sind von... Die sind überall. What, what, what? Nein! Wir müssen unbedingt diesen Koffer... Wir müssen unbedingt diesen Koffer bekommen und dann abhauen fürs Leben. Ja, ne. Und ich überfahre die jetzt alle eigentlich. Ey, ich werde das jetzt wirklich machen. Ja, mach du das. Wir brauchen den scheiß Koffer. Wie viele Sekunden habe ich? Nein! Oh, Mann! Ist über den Zaun geklettert. Spass. Ja, und ich stand hinter dem Zaun. Tut mir leid. Wir haben noch zwei Minuten Zeit vom Rest in Koffer, können wir schaffen. Über den Kopf angeschlittert, also über das Auto neben der Koffer drin ist. Das ist typisch die Idee, wenn ich mir fahre. Ja, klar. Ich schieße auch gerne immer um die Wand herum. Ist es schon mit in diesem Auto drin? Ernsthaft? Nein! Oh mein Gott! Der Krieg hatte nix geschissen, ne? Doch doch. Ich habe den Kopf, ich habe ihn. Ja? Ich habe das Auto. Hä гроз Alter, los! Los Alter, los! Fahr! Gebt Auto! Los! Los, Autofahr! Fahr los! Pick me, ich hinter dir! Ich bin Chef perpetikant. Ich komm, komm ich bin drin. Los! Nein! Auto, los! Und eine spin ambassador ist! Er bist hier. er hat ich ich warte und ich bin mit uns schafft woher gut hat sich gedrückt der kaltes Schiff gedrückt also nicht mehr müsste hier unbedingt mal schalten ich hab das für mich also noch eine Minute los Leute ich bin echt wow wir geben den Feuerschuss Leute ich hab ihn oh ne ich hab ihn auf dem Dach aber ich bin tot Scheisse oh jetzt haben sie mich Mist Nein Nein Ich machs in deinem Auto Ich machs in deinem Auto kurz Ich borgs mir Ich steig mit ein Dreh drauf Ich bin nicht da ich hab ok Nein Ich hol euch ein Ich hol euch ein wartet 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 Ja ich bin drin Alter wieso frisst der nix Yes Was ist denn? Gib voll Gas ot Doch Das ist nicht kaum Herr Mann Heil Wir müssen jetzt noch noch Prozent noch ein paar Punkte halten noch ein paar Sekunden aus und dann haben wir gewonnen Wir brauchen was Musik öhöööööööö Warte ich spaw da gleich Ne egal fahrt weiter In Gegenern komm die Stiftung die Stiftung die Stiftung ja wohl doch einmal in your face wo für den ob ich will guck auf die Brücke jetzt das Auto schneller ist in der ersten Ländler als er hat sich die Lage stecken Gute Grundform. Dummer Bob, hau an. Boah, wie die uns alle nerven einfach. Ja, ne. Gewisse Leute können gar nichts, nur auf den Sack gehen. Dann halt schon mit dem zu verheben. Na, nix out already. Alter, die Karre ist im Arsch. Ein bisschen. Egal, mit dem haben wir gewonnen. Gibts einen Kuss auf die Arsch. Einen Kuss gegen die Leitplanke. Genau. Habe ich ne neue Mail? Vielleicht, nein. Ja, ihr habt einfach. Ja, wir schicken unsere Mails mal mit Autos dabei. Also, in unsere Mails sind immer Autos dabei. Echt jetzt? Ja. Ja. Ich krieg einfach gratis Autos per Mail. Naja, von Pac-Man Air gesagt. Das, was ist? Ich schicke dir was in die Mail. Mit Cookies und einem Auto drin. Okay, mach mal. Willst du mir auch ein Auto per Mail schicken? Äh, willst du ein Van oder willst du lieber... Ja, ein Van ist eigentlich das einzige, was ich dir anbieten könnte. Ja, alles was fahrbar ist, ist gut. Außer mein Pokémon Auto. Ja, ich müsste gucken. Ich weiss gar nicht, ob ich noch ein richtiges Auto habe. Weil das erste Auto hier, das hat echte 30... Äh, 50 Euro gekostet. Wieso gibst du Geld aus für das Spiel? Weil das Auto so geil ist, Alter Schwede. Weil er dumm ist zu sehen. Guck, warte ich zunächst nicht. Nein, nicht das. Er unterstützt die Entwickler, indem er Autos kauft. Ja, natürlich. Muss, muss. Guck das hier, das hat 50 Euro gekostet. Das ist auch geil auch das Auto. Das Auto, dessen Textur nicht lädt. Ja, Boris, jetzt fahr nicht weg! Okay, komm zurück, Moment. Wow! Oh, ist weg! Mein 50 Euro aus, passt doch ein bisschen damit auf. Was hast du gesagt? Ich glaube, er will ein Arsch. Ja, ich glaube er auch. Ja. Sag mal aus, Boris Lenn. Los! Äh, Mr. Swiss, fahr mal, fahr, zieh mal mit meinem 50 Euro aus. Ja, ist richtig! Muss mal gucken, wie der fährt. Der töte ihn jetzt nicht. Doch! Genau jetzt! Jetzt der Zeitpunkt da! Der kann's ruhig! Wenn du rückwärtsgang... Weißt du rückwärtsgang macht? Dann... Alter, der kann sich. Das ist geil an. Oh, jetzt hat's Blut drauf, sorry. Ja, egal. 50 Euro. Oh, mal, ich muss reinspringen. Alter, verzieh dich, du dummer Van. Headshot Van, Headshot, Headshot! Hehehe. 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 Fast direkt geparkt. Ja, fast. Knap, daneben ist da vorbei. Hehehe. Alter, so parke ich immer. Hehehe. Auch im Real Life? Natürlich. In Real Life kann ich noch nicht parken, weil ich noch nicht Auto fahren kann. Ja, äh, darf ich fragen, wie alt du eigentlich bist? Äh, 16. Ernsthaft? Du? 17. Nicht umfahren. Ja, genau, mach das Auto wieder hin. Ich mach nicht! Und wir den Van holen und noch eine Mission machen, oder wir schlafen gehen? Ja, lass uns Mission machen. Mission... Komm, fahr' mich. Okay. Halt an. Ja. Okay. Okay, und halt noch mal K drücken. Wir sollten an einer Tankstelle vorbeifahren. Aaaaaah! 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 Okay, scheiss egal. Okay, dann fahr halt zu C, Boris Klein. Drück drauf. Oh, breh. Umdrehen. Ja, in drei Punkten. Das nächste Mal fahr' ich weiter. Ja, ja, ja. Aieieiei, diese Vans. Moment. Wann kommt, wenn das gibt's zurück, denn... Make sure if you're unmuted. Hehehe. So, du, ich hab' den Kopf wieder abgemacht. Okay, dankeschön. Wir wollen kurz einen Cut machen, weil mein Vater den Router ausschalten muss, ne? Ich bin gleich wieder da. Bis dann. Jupp, bis. So, da sind wir wieder. Hehehehe. So, da sind wir wieder, liebe Leute, nach dem kleinen kurzen Cut. Für euch eine Spurte von fünf Tage. Ja, so ungefähr. Nee, weil bei mir musste mein Vater grad den Internet-Router neu starten, weil unser Fernseher irgendwie gesponnen hat. Und ja, bei ihm ist das RBB abgeschissen. Genau. Das habt ihr ja alles nicht mitbekommen. Ihr wart ja alle... Essen holen, trinken holen, was auch immer. Hehehe. Und bevor wir jetzt weiter... Ich meine... Jaja, jaja, du meinst, du meinst, jaja, weiter Missione machen. Genau. Ja, ich mein was anderes, ne? Ja, ich weiss, was du meinst. Du dummer! Hehehe. Hehehe. Dieser Teil wird leider zu sehen werden. Hehehe. 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 Du musst auch noch kommen. Hehehe. Hehehe. Alter, es ist meine Aufgabe, solche Witze zu reißen. Hör auf damit. Hehehe. 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 Du bist gerade vorbei gefahren. Apropos. Ja, ok. Geht auch. Muss du wissen. Jetzt bist du schon wieder vorbei gefahren. Egal, ich laufe. Hehehe. Hehehe. Ich will, ich will, ich will aussteigen, nicht aus dem Fenster gucken. Doch, aus dem Fenster gucken macht viel mehr Fun. Ja, ich muss immer... Warte, 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 ich wette, die stehen da. Ja, die stehen da, Achtung! Unterbeschooss. Oh Gott. Ui. Das war genial. Alter, ich baller den ganzen Magazin. in Schnutereien und ihn interessiert es nicht. Übel, ne? under. Voll Krass, ey. Voll Krass, ey, die Natur, ey. Oh mein Gott. Ja klar, mit der Sniper, wow. Ja, 80 laufen, laufen laufen, laufen. Laufen, ist so ätzend, ne? Nein, nein, das ist schon für die Leber, Alter! Ich hab's nicht zu haben! Okay, Klasse, tut mir leid. Au, au, das ging aufs Maul. Boah, Reimen kannst du auch noch. Ja, genau! Wie mit dem Sniper! Mama! Warte, wir müssen alle zusammen rein, sonst bringt es uns nichts. Einer steht auf der Strasse. Ja. Ich bin rein! In der Luft, Alter, in der Luft! Boah, ich bin falscher Weg gelaufen. Und er läuft da rein, der holt den Paket. Der holt Paket, ey. Der holt Paket, ey. Der holt Paket, also. Ich komm bei D.A.L. Komm, lass Aldi, komm, lass Aldi, komm. Ja, komm. Au, das ging... Und das war mal wie dein Schuss in den Ofen. Ja, komm. Ja, komm. Ich bin nicht gestorben. Well done. Well done. Eieieiei. Komm, ja, käme ich auch noch. Ja, pass auf, dir ist da auf der Autobahn. Ja, ja. Boah, ich glaub, ich glaub ich auf der anderen Seite. Ja, komm, alter, die wischen mich in die Luft. In der Luft. Okay, die kommt jetzt, die kommt jetzt auf dem Dach. Mein Paket, meins. Ja, ich muss... Ich hab eins aufgesammelt. Achtu, scheiße! Ja, klar, ich steh hinter ihm und er feuert nach vorne und killt mich so. Natürlich. Das muss so sein. Das muss so. Na, ich hab's abgelegt. Ja, cool, aber da fehlt noch eins, da fehlt noch eins. Das ist sie. Hab's, ich hab's. Ich meine, Andi. Yolo rennen, los, Yolo rennen. Rennen! Ja, renn, Blobler rennen! Oh, sie kommt von hinten. Nimm die Beine in die Hand. Oh, oh, oh. Oh, Mist. Alles wegen dir, Blob. Yolo-Mode. Eie, krumm! Exklusiv, liebe Grüße! Ich hab den Blobler-Mode aktiviert. Ja. Mach ihn wieder aus, der Scheiße. Au, alter One-Shot. Blobler-Mode wurde deaktiviert. Sie sind nun wieder besser. Wir mobben. Oh, ja, warum schießen die alle auf mich? Euch geht's hart. Weil du ein Einbrecher bist. Ein Einbrecher? Ach, nee, Ivo. Du bist eigentlich ein ganz lieber, aber... ...irgendwie doch nicht. Ein verschlossenes Tor, da muss ich zu drastischen Maßnahmen ergreifen. Und zwar mit diesem Auto das Tor einfahren. Ja. Was ist mein Tor? Mich nicht überfahren, ja, danke. Aber dich das Tor hier. Ach, du solltest umlaufen. Was umlaufe ich? Bei mir ist es kaputt. Genau, dann quetscht meine Leiche, Blobler. Der ist bei mir! Mama! Achtung hinten, ne? Blobler! Sexiert! Oh! Ich bin gestorben. Ich auch. Blobler-Mode ist nicht scheiße. 4, 3, 2, 1... Mission failed. Und ich glaube, das war's mit dieser Aufnahme. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann... Tschüss dann. Tschüss.